Lightroom ist mit Version 12 rausgekommen und damit gibt es wieder einige neue Funktionen. Zum Beispiel können wir jetzt ganz einfach auf einem Foto mit mehreren Personen drauf einzelne Personen auswählen, automatisch. Und wir können von diesen Personen auch nochmal automatisch zum Beispiel nur die Haare auswählen lassen. All das funktioniert jetzt mit den neuen Maskentools und genauso gibt es eine neue Funktion, mit der wir jedes kleine Objekt in Lightroom auswählen und maskieren können. Also da sind wieder richtig tolle Neuerungen mit dabei und ich zeige dir jetzt, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß. So sieht das neue Lightroom Version 12 aus. Hat sich irgendwie nicht viel verändert, oder? Aber trotzdem gibt es ein paar Neuerungen, die ich dir an dieser Stelle zeigen möchte. Das erste ist hier oben eine ganz kleine grafische Neuerung. Wir haben jetzt hier nämlich einen neuen Button und das sind diese Regler hier einfach. Das heißt, wenn ich jetzt in das Maskmenü zum Beispiel gehe, dann kann ich hier ganz einfach wieder zurück auf diese Regler klicken und dann bin ich hier wieder in meinen Grundeinstellungen drin. Also das ist einfach nur so eine kleine Verbesserung, aber die am Ende ja vielleicht den einen oder anderen ein bisschen hilft. Wenn ich jetzt aber auf die Masken mal gehe, dann sieht man hier, dass das Ganze schon ein bisschen anders aussieht. Und zwar kann man jetzt hier unter Neue Maske hinzufügen. Wird man jetzt gefragt, möchte man ein Motiv auswählen? Möchte man den Himmel auswählen? Oder, was jetzt neu ist, möchte man den Hintergrund auswählen. Das heißt, man kann jetzt auch theoretisch Hintergründe auswählen. Nicht nur den Himmel, aber das darf man jetzt auch nicht verwechseln. Wenn ich jetzt den Himmel auswähle in einem Landschaftsbild und dann das Ganze umkehre, dann ist das nicht automatisch so, als wenn ich jetzt den Hintergrund auswähle. Das zielt eher darauf herab, dass man sagt, man hat jetzt einen Hintergrund zum Beispiel beim Porträt und möchte diesen schnell dunkler machen. Es ist eher so, dass man dort ein Motiv auswählt und das dann umkehrt. Dann hätte man den Hintergrund. Also das ist eher so das Umgekehrte von dem Motiv hier, nicht vom Himmel. Was jetzt hier unten noch mit dazugekommen ist, ist der Punkt Personen. Und hier werden jetzt automatisch in Lightroom Personen in dem Foto erkannt. Und da kommen wir auch später nochmal dazu, weil das gerade für Porträtfotografen eine richtig tolle Sache geworden ist. Ich möchte dir jetzt aber erstmal kurz hier noch die neuen Sachen zeigen. Und zwar gibt es nämlich auch hier noch einen neuen Punkt, der nennt sich Objekte, also Objektauswahl. Ihr kennt es ja vielleicht schon aus Photoshop, dass man dort Objekte mit einer Auswahl quasi aufziehen kann und diese dann ausgewählt werden. Und genauso funktioniert das hier auch. Das heißt, ich kann hier einmal raufklicken und dann habe ich jetzt hier quasi einen Pinsel. Und mit diesem Pinsel kann ich jetzt hingehen und sagen, in dem Bereich, wo ich jetzt hier male, möchte ich bitte, dass Lightroom du hier das Objekt erkennst automatisch und dann auch entsprechend gut maskierst. Hier in dem Fall stehe ich jetzt hier vor einem Wasserfall und ich werde jetzt hier einfach mal anfangen, über mich drüber zu malen. So ganz grob einfach nur. Dann lasse ich hier die Maus wieder los. Und jetzt brauche ich Lightroom kurz, um das Objekt entsprechend zu erkennen. Man muss immer dazu sagen, ich arbeite jetzt hier gerade mit einer RAW-Datei. Das heißt, dort dauert das immer alles ein bisschen länger. Und jetzt hat Lightroom hier automatisch die Person, in dem Fall mich, erkannt und auch sehr, sehr gut maskiert, wie ich finde. Das heißt, jetzt relativ schnell konnte ich jetzt hier einzelne Sachen in dem Bild wirklich maskieren. Und das finde ich wieder eine tolle Funktion, die dazugekommen ist. Also wir können jetzt schneller einzelne Bereiche eines Bildes, einzelne Objekte in einem Foto maskieren. Und zwar ganz automatisch. Jetzt kann ich hingehen und zum Beispiel sagen, ich möchte die Belichtung hier auf mich als Person ein bisschen heller machen noch. Ich möchte noch ein bisschen mehr Kontrast dazugeben. Ja, macht jetzt hier so semi Sinn. Aber einfach nur, dass du es mal gesehen hast. Ich kann, wie gesagt, jetzt einzelne Objekte entsprechend anwählen. Gehen wir mal zum nächsten Bild. Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Art Portrait. Und hier zeige ich dir jetzt mal, wie ich zum Beispiel den Hintergrund auswählen kann. Denn wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann wird automatisch, ja quasi einfach nur eine neue Maske erzeugt. Nicht Motiv auswählen, sondern eben genau das Ganze umgekehrt. Und jetzt hat man hier relativ schnell und simpel den Hintergrund ausgewählt. Wobei ich sagen muss, hier sieht man, ja, kleiner Fehler in Lightroom. Also hier ist so ein bisschen, ja, hier müsste man auch mal so ein bisschen nachjustieren. Aber ich könnte jetzt relativ simpel und easy hier den Hintergrund ein bisschen abdunkeln, um das Model an sich im Vordergrund ein bisschen herausstehen zu lassen. Aber wie gesagt, ein kleines bisschen müsste man hier entsprechend noch nacharbeiten. Es funktioniert umso besser, je unschärfer der Hintergrund natürlich ist und je schärfer der Vordergrund ist, dann hat man noch mehr Kontrast, wo Lightroom dann erkennen kann, da muss ich maskieren und da eben nicht. Aber es ist trotzdem eine schöne Funktion, die so ein kleines bisschen Arbeit nochmal spart, weil es halt einfach ein, zwei Klicks weniger sind, die man im Endeffekt machen muss. Jetzt habe ich hier nochmal ein Bild, wo ich mehrere Personen drin habe. Und hier möchte ich dir jetzt auch nochmal zeigen, wie Lightroom jetzt nämlich automatisch diese Person erkennt. Du siehst jetzt hier schon, dass Lightroom arbeitet und wenn mehrere Personen auf einem Bild drauf sind, ist es nämlich in Zukunft so, dass Lightroom automatisch jede einzelne Person erkennt und jede einzelne Person automatisch auch für dich maskiert. Das heißt, du kannst jetzt auch, wenn eine Person ein bisschen, ja, mehr unterbelichtet ist als die anderen zum Beispiel, kannst du diese einzelne Person wirklich tatsächlich maskieren und die dann auch entsprechend heller machen und das Ganze wird automatisch von Lightroom gemacht. Man sieht es jetzt hier sehr schön. Person 1, wenn ich jetzt hier drüber gehe, dann sieht man auch direkt das Overlay, Person 2 hier in der Mitte oder auch Person 3 hier dann ganz rechts. Und die kann ich jetzt einzeln anwählen oder ich kann auch sagen, ich möchte alle Personen nehmen, dann wird das komplett genommen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, Person 3 hier möchte ich ein kleines bisschen dunkler machen, weil er mir hier so ein bisschen überbelichtet ist. Und dann klicke ich hier Person 3 mal an und was jetzt passiert, ist ganz besonders cool, denn jetzt werden Personenmasken erstellt. Jetzt siehst du auch schon, was hier steht, nämlich Gesichtszüge von Personen erkennen. Und jetzt das richtig Coole, wirklich für jeden Porträtfotografen eigentlich. Ich kann jetzt hier die gesamte Person auswählen. Ich kann auch nur die Gesichtshaut oder die Körperhaut auswählen. Ich kann die Augenbrauen auswählen, also du siehst jetzt hier schon in der Vorschau, Augenbrauen, dann ist das hier oben so ein bisschen rot. Ich kann nur die Lippen auswählen. Ich kann das Haar auswählen. Das heißt, ich kann jetzt auch wirklich einzelne Bereiche von der Person nochmal automatisch auswählen lassen und die dann heller oder dunkler machen. Als erstes könnte ich jetzt zum Beispiel mal das Haar auswählen. Sage jetzt hier mal Maske erstellen. Und jetzt habe ich hier eine Maske, wo ich nur seine Haare habe und könnte die jetzt ein bisschen dunkler mal machen. So. Und jetzt könnte ich nochmal reingehen. Neue Maske erstellen. Personen auswählen. Und könnte jetzt sagen, ich möchte ihn jetzt insgesamt noch ein kleines bisschen dunkler machen. Das heißt, diesmal nehme ich die gesamte Person. Maske erstellen. Habe jetzt hier eine zweite Maske, wo jetzt eher gesamt ausgewählt ist. Und jetzt könnte ich insgesamt ihn auch nochmal ein kleines bisschen runterregeln. Und du siehst ja, diese ganzen einzelnen Masken. Ich kann jetzt wirklich die Augen einzeln bearbeiten. Ich kann die Augen braun einzeln bearbeiten. Also wenn ich jetzt wirklich mal ein Porträt habe, dann kann ich auch wirklich dahin gehen und wirklich einzelne Bereiche der Gesichter bearbeiten. Was ich persönlich richtig schön finde. Ich schließe das Ganze jetzt hier nochmal und gehe nochmal ein Foto zurück. Denn es gibt noch eine weitere Funktion, die ich dir gerne zeigen möchte. Und die befindet sich hier in dem Bereich. Hier habe ich jetzt ja immer so meinen Klonstempel oder den Healing Brush drin gehabt. Und jetzt gibt es hier noch einen neuen Modus, nämlich das Inhaltsbasierte entfernen. Das heißt, ich kann jetzt bestimmte Objekte auch ganz simpel und einfach entfernen. Das konnte ich ja bisher auch mit dem Klonstempel. Aber der große Unterschied ist jetzt einfach. Ich kann jetzt hier einfach sagen, ich möchte das anwählen. Zum Beispiel diesen Eisblock hier. Der soll entfernt werden. Dann mache ich das jetzt hier einfach mal mit gedrückter Maustaste gehe ich jetzt hier einfach wieder so ein bisschen rüber. Und jetzt wird nicht aus der direkten Umgebung hier irgendwelche Pixel genommen und die werden kopiert, sondern Lightroom analysiert dieses Bild automatisch, was könnte da hin kopiert werden. So, in dem Fall passt es so semi, sage ich mal. Aber ich kann auch immer wieder hier nochmal auf Aktualisieren klicken. Und dann rechnet Lightroom hier nochmal automatisch neu nach. Und wir gucken mal, ob das neue besser ist. Nein, werden wir nochmal aktualisieren. Und du siehst jetzt hier auch an dieser Stelle, es gibt bestimmte Bereiche, die würde ich trotzdem nach wie vor in Photoshop machen. Also es funktioniert nicht alles gut in Lightroom. Die neue Version ist zwar wieder einen Schritt nach vorne, aber grundsätzlich trotzdem gibt es auch immer Sachen, die halt noch nicht hundertprozentig funktionieren. Es ist mir auch ganz wichtig, dass wir das jetzt hier in dem Video auch mal so ein bisschen zeigen, dass halt nicht alles funktioniert. Aber man kann bestimmte Sachen damit wahrscheinlich ein bisschen einfacher rausbekommen. Wir können es ja jetzt hier auch zum Beispiel nochmal probieren, dass ich jetzt diesen Stab hier mal rauskopieren möchte. Da gehe ich jetzt hier nochmal rein und werde jetzt hier auch die Größe mal von dem Pinsel ein bisschen anpassen entsprechend. So, und jetzt male ich hier wieder einfach drüber. Und dann gucken wir mal, was Lightroom hier automatisch dann für Pixel reinbringt. Und ich bin sehr gespannt drauf. Und da funktioniert es zum Beispiel richtig gut. Und jetzt sieht es wirklich richtig gut aus. Also das ist ein Ergebnis, wo ich sehr zufrieden mit bin, wo ich nicht in Photoshop reingehen müsste. Das ist wirklich schnell gemacht. Und da muss man halt einfach immer von Bild zu Bild ein bisschen gucken, funktioniert das, funktioniert das nicht. Das ist jetzt hier auch ein Ding, was ich rausnehmen würde. Können wir hier auch nochmal probieren. Den neuen Modus hier, das Inhaltsbasierte füllen. Zack, hier einmal drüber gemalt. Und schauen, was Lightroom daraus macht. Und auch hier sieht es wieder eigentlich ziemlich gut aus. So, dann kann ich jetzt hier einmal auf Schließen klicken. Und wir haben jetzt das Bild hier entsprechend so vorbereitet, dass wir hier keine störenden Elemente mehr drin haben. Ich habe jetzt hier nochmal ein Porträt rausgesucht, wo wir das Ganze auch nochmal ein bisschen besser beurteilen können. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den Maskenbereich. Person wird jetzt hier erkannt. Ich hoffe, dass das einigermaßen schnell geht, weil ja auch diesmal nur eine Person drin ist. Und dann können wir entsprechend auch wieder die einzelnen Masken erstellen. Jetzt haben wir hier Person 1 drin. Wenn ich jetzt hier wieder draufgehe, dann sieht man auch, ja, so ein bisschen von dem Fahrrad ist noch mit dabei, macht aber nichts. Klicke ich jetzt hier einmal drauf und jetzt werden die Gesichtszüge von der Person wieder erkannt und die einzelnen Teilmasken quasi wieder erstellt. Das Schöne ist jetzt, man kann halt auch wirklich mehrere Masken auf einmal erstellen. Also entweder jetzt wieder die gesamte Person oder aber ich kann auch hier mehrere Masken auf einmal erstellen und diese dann entsprechend wirklich diese sieben separaten Masken hier erstellen. Dann klicke ich jetzt hier einmal auf Maske erstellen und dann hat man hier automatisch Maske 1, Maske 2, Maske 3 und so weiter hier drin. Also das funktioniert auch richtig gut und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel nur das Gesicht ausgewählt, könnte jetzt hier sagen, okay, in dem Gesicht, da soll das Ganze noch von der Belichtung kleines bisschen aufgehellt werden. Dann habe ich jetzt hier Maske 2 zum Beispiel, das ist die gesamte Haut außerhalb des Gesichts, ja, könnte ich jetzt auch einmal drauf gehen. Dann könnte man die auch noch ein kleines bisschen auffällen, beziehungsweise, ne, die würde ich eher ein kleines bisschen abdunkeln. So, dann haben wir als nächstes Maske 3, also die müsste man jetzt auch alle umbenennen, damit man auch entsprechend hier noch die Übersicht bewahrt. Aber das sind jetzt hier zum Beispiel die Augenbrauen. Augenbrauen würde ich ein kleines bisschen abdunkeln, um ein bisschen mehr Kontrast reinzubekommen. Vielleicht ein bisschen mehr, damit man den Effekt ein bisschen besser sieht im Video. So, jetzt haben wir Maske 4, das ist zum Beispiel das Augenweiß, ja, auch hier könnte man jetzt sagen, kleines bisschen aufhellen. Da muss man immer aufpassen, dass man es nicht zu viel macht. Maske 5 ist jetzt zum Beispiel die Iris hier, da könnte man ein bisschen mehr Kontrast noch mit reingeben. Ist jetzt hier sowieso sehr dunkel. Maske 6, da haben wir jetzt zum Beispiel die Lippen, da könnte ich, ja, ein kleines bisschen mehr Klarheit vielleicht reinbringen und ein bisschen mehr Sättigung. Und Maske 7 sind dann ihre Haare und auch hier könnte man jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Struktur noch reinbringen in die Haare. Darf man auch wieder nicht zu doll machen, aber so ein kleines bisschen. Ja, und was ja auch viele gerne machen ist, gerade hier in der Maske 2, also wenn es um die Haut zum Beispiel geht, da könnte man auch wieder so ein bisschen Klarheit rausnehmen. Ein kleines bisschen Struktur noch rausnehmen, um das Ganze so ein bisschen abzusoften noch. So, und jetzt könnten wir aber hier mal ein Vorher-Nachher machen. So sah das Ganze vorher aus. Und so sieht das Ganze dann mit den Masken aus. Soviel also zu den neuen Funktionen in Lightroom. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Überblick geben. Ich bin selber gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Und ich werde natürlich auch selber mit diesen neuen Maskenfunktionen jetzt ein bisschen arbeiten. Auch wenn ich natürlich nicht ganz so viel Porträts bearbeite, aber doch wirklich für viele von euch wird es sich wahrscheinlich lohnen. Ich bin gespannt. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar unter dem Video schreiben. Ihr könnt mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, auch den Kanal abonnieren und ansonsten auch mal in meinem Podcast vorbei hören. Da freue ich mich natürlich auch sehr darüber, weil die ganzen Links sind unten in der Videobeschreibung. Und falls du Lightroom komplett lernen willst, gibt es auch dazu Links unten in der Videobeschreibung. Ich habe zwei Videoprohse zu Lightroom draußen für Anfänger und für Fortgeschrittene. Also viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeitung. Ciao.